hallo und ein wunderschönes wochenende wünschen wir euch hallo alex ist auch da hallo und wir sind immer noch in der aufnahmesession und ich hoffe mal dass ich dann am montag dann auch wieder gesund bin dass wir dann am montag wieder im live stream machen können zwei stunden live stream das halte meine stimme nicht durch so alex ist immer noch am me system um basteln ja auch für ganz komische sachen erkläre später erklärt er später okay und wir sind immer noch dabei den power spawner zu bauen die energetik aller reingrott dass wir in der letzten folge angefangen haben ist durch und ich habe das erlaubt da schon mal die enderperlen reinzuschmeißen und da haben wir jetzt auch schon ein paar weib und lg ist es echt hier bauen das kommt gleich wieder weg das brauche ich nur kurz so professorisch hin weil hier ist unser terminal ja das kommt gleich wieder weg ich brauche jetzt kurz der kristalle sonst kann ich hier nicht mehr weiter so wir machen uns das hier und das auch so und dann werden wir machen ich baue da gleich ein paar mehr alex wenn es dir nichts ausmacht von diesem wie brand christian weil ich brauche nämlich auch für meine rüstung welche ja ganz trüsch machen und zwar brauche ich mal wenn ich habe schwer fünf und sieben neun stück baue ich mal und ich habe mal genügend da kriegst das marag da müssen wir mal kurz ein bisschen kaputt machen davon also ich soll es ja vielleicht auch noch anschließen ja das würde ich gar nicht ich denke mir so warum steht jetzt oft das war der falsche und machen ist nur ein paar smaragd so müssen wir müssen hier ein paar die smaragd blöcke hat übrigens unser laser organisiert der was dahinten steht der hat es gemacht so ich habe jetzt wie vor das habe ich die falschen da rein sie ist da eigentlich auch hier so die blitze 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 ich bin gerade im system habe ich bin da jetzt gebaut 6 wir brauchen noch ein stück noch das klopfen wir mal schnell in der hand hier blitze ich sehe keine blitze power spawner das und das so jetzt haben wir neun stück davon theoretisch hast du mir die ist gerade geklaut ich habe gar nichts geklaut bei dir weiß man das nicht so genau so ok das haben wir ach ja ich wollte brauchen wir hier noch so der power spawner ist fertig und jetzt brauchen wir den killer joe da brauchen wir noch ein bisschen fused kein saft mehr ins system hast du gerade ein kabel aufgehoben schau mal bitte bitteschön ich weiß das genau dahin wo ich nicht hinkomme fused quarts das ist das mit dem quarts ähm wie heißt es sagt mir schon wieder strom alle machst du da immer strom weg oder wie ich habe jetzt eben gerade noch nicht weggekommen kein wunder werde ich hier nie fertig flussquart ist mit nässer quarts gell keine ahnung mal hier den ofen rein ah die sind bald fertig hier gucken ist der andere ofen frei ja dann kann ich hier jetzt das kabel so in plan gucken wir mal was da rauskommt Denskabel flussquarts genau das brauchen wir hauen wir das gleich mal durch hier kein saft im system dann ist es zu dunkel es ist Tag irgendwas hast du kaputt gemacht ach ne scheiße warte so jetzt habe ich vergessen anzuschließen ach gottes wir brauchen noch dachte ich habe das gebaut ach so ich musste es ja auch rausholen das ist ja da oben noch drin ne da ist er nicht ja ich sag wenn er mal in der letzten folge in auftrag gegeben killer joe ich kann was denn ach der zombie will er haben der will ist denn echt dass ich noch ein zombie fange was wir haben keine wolle mehr scheiße hast du deine schaffarm immer noch nicht gebaut so wir müssen und ich muss runter alex drücken wir haben ne ne ich werde jemalig sterben ich muss ein zombie fallen ich muss ja das mal eine schere machen ich werde ein bisschen zombie ich habe nicht immer was zum essen dabei habe ich dann noch tinten für strümmen die wir mal in ofen schmeißen hier die schafer also der alex möchte dass ich ihm eine schaffarm baue damit wärme anfangen sobald der zombie spawner läuft dann kriegt der alex weiter so nett zu mir ist immer eine schafer ich bin immer natürlich immer nicht ich habe ja auch nichts anderes behauptet ich gehe damit 35 level runter nur zur information statt der die level da unten einpackt dafür haben wir doch das teil 35 level tschüss jetzt falle ich hier noch die leiter runter packen wir sie kurz ein ist da unser schwärtscher kaputt aber fast so haben ich habe es mal geprägt die level ich warum habe ich ein kristall wachstums beschleuniger im inventar auch du hast den auf den habe ich vorhin abgebaut brauchst du den grad ja stell mir einfach irgendwo hin oben beim system ja ich bin unten ja wenn du gleich wieder oben bist und das wird auch könnte könnte das du hast du bist jetzt auch nicht unten ganz unten jetzt gerade dunkel wird das ist kein ein baby zombie das ist ein chinesen aufstand hier leckt mich doch alle am arsch lass mich doch in ruhe das ist das ein künstler war Hau ab, verschwind. So, Aua, Chinesi. Ich glaube, mir kommt irgendwann Ärger, will man das sagen. Ich weiß nicht, ich bin gleich tot. Oh, ich habe Pferde gefunden. So, ich möchte doch nur ein Zombie. Warum rennt hier unten ein Huhn rum? Weiß ich nicht. Vielleicht hat es sich verlaufen. Ah, wieder ein Chines. Das ist überhaupt nicht bedauerlich. Von einem Ghoul wurde ich erschlagen. Zum Glück habe ich die Level weggepackt. Ich habe ein Dorf gefunden. Schön. Hättest du eine Seelenflasche mitgenommen, hättest du wahrscheinlich auch mal ein Zombie mitgebracht und unterwegs. Mh. Tschüssi. Ah, Zombie bringt da keinen mit. Ich bin froh, wenn der Zombiespawner steht. Ganz ehrlich. So, ist das ein Zombie? Bist du ein Zombie? Nein, du bist ein Skelett. Ich weiß nicht, geht der? Absalte... Ne, das geht nicht. Lass mal wieder frei her. Entschuldigung. Ja, jetzt kommen fünf Stück von diesem. Einer eingepackt. Und tschüss. Könnte ich mal kreuzweise hier. Weißt du, dass wir uns dann eine ganz gefährliche Ecke da unten bauen? Ach, geht schon. Aber wenn du morgens noch raus, brauchst du nur in den Keller gehen. Oh, ich muss noch eins höher. Na. So, dann rühren wir uns die Level wieder. Da möchten Endermen nicht ins Silent Spawn Area spawnen. Oh, ja. Spawn. Töten, töten, töten. Ocelos. Ocelos. Oder sogar ein Baby-Ocelos. Ja, hast du gefallen, ja? Nö. Warum nicht? Ich hatte keinen Fisch dabei. Und da war die Mutter. Ein richtiger Akunga wie du hat doch immer einen Fisch mit dem Gepäck. Ich bin gerade nur auf der Suche nach Schafe. Aber schon ein paar gefunden. Das ist auch so sand. Ich könnte einen Schafspawner bauen. Ja, meinte ich doch. Du sollst jetzt mal endlich die Schafsfarm bauen. Aber ich dachte, du möchtest so eine Schafsfarm mit diesem Schlachter und das alles. Und das ist mir doch was, wie du lieber aus Hauptsicht bekommst, ich bekomme mal Wolle. Du bist mir ja ein lustiges Persönchen. Ja, schon, ne? So, das kommt da rein. Ja, du, ja. Wo ist das Ding jetzt? Ist das ein System drin? Hä? Aua. Ich muss mich mal wieder in Öl. Ah, Gott. Power. Power. Spawner. Z-Logic. Ich hatte doch einen Z-Logic. Wenn der jetzt unten liegt. Nee, da ist er. Eher macht mich alle fixen fertig hier. So, du kommst jetzt da rein. Und 4XP-Glaren. Also dann, bitteschön. Wir hatten doch mal einen Amboss. Oder nicht? Äh, ist glaube ich im System. Aber ich muss ja jetzt den Power Spawner. Der ist ja empty. Den muss ich ja jetzt quasi noch verheiraten. mit dem Zombie Spawner. Mit dem Zombie-Spawner. Amboss. So. So. Dich und dich. Dich. 16 EP möchte er haben dafür. So. Power Spawner ist fertig. Ich war ja beim Killer Joe machen. So. Der ist auch fertig. Dann gehen wir runter. Wunderbar. Ähm. Wie heißen die Dinger. Da müssten doch noch was im System sein. Weißt du was ich meine? Die Förderbänder. Ach, die Conveyor. Mhm. Da müssten noch was im System sein eigentlich. Wo hast du denn jetzt den einen hingestellt? Wen? Den Amboss? Nein, den ähm. Habe ich ein System geworfen. Achso. Conveyor. Ne. Ist nichts im System. Wo sind die hin? Ich habe doch da so viele gehabt von. Con. Die roten. Roter Farbstoff. Aber ich habe rote Blumen gesammelt. Mon. Da. 21. 20. So. Schmeißen wir das hier gleich mal ins System. Ich mache hier gleich mal volle Lotte. Wofür habe ich denn jetzt? Hä? Ne. Ach 48. Hier sind sie. So. Was brauche ich noch? Ich brauche noch den. Ähm. Ach sagt man es war cool. Ein Ende Auge müssen wir uns bauen. Was treibst du hier? Nix. Was machst du? Ich musste mal kurz was abbauen. Äh. Ich brauche eine Pfütze. Wo ist mein Wassereimer? Habe ich jetzt einen Vakuum? Oh. Vakuum Trifter habe ich auch. Baume. Ne. Obelisk baue ich jetzt mal nicht. Ich kann dich auch merken. Du es nicht. Ich habe 23 Level. Ich muss die erst wegbringen. Tschüss. Mach jetzt ist das Wasser weg du. Komm ich krieg dir einen Eimer mit. Warte ich hab doch gerne einen Eimer schon. Du siehst das Wasser weg. Mensch. Mensch. Ne. 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 Alter ist hör auf damit. Sonst wären wir gar nicht fertig hier. Schalte dich nur vor mein Wasser fair. Ähm. Ach da ist er ja schon wieder. So. Bitte. Da hast du deinen Eimer. Jetzt macht der hier noch einen Eimer her. So. Lane. Ähm. Habe ich Conduit. Item Conduit habe ich dabei. Und Energie haben wir hier auch dabei. Mal gucken. Wie reicht das. Äh. Die Karte. 21 Minuten. Ey. Alter. Ich dreh durch. So. Jetzt machst du mir mal bitte 512 Glas. was. Und zwar bisschen prompt. So. Oh. Hr. Hr. Wau. Hr. 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 Hm. Ich hab gerade voll die nervige Musik. kopfhörer das bedeutet wir werden die folge jetzt hier beenden wir sind bei 1 22 23 minuten schon das hier richtig mache da ist die leitung wir müssen die richtung richtung ist einfach da kommt der egal 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 habe ich jetzt schon die komplette wolle verbaut hast du die komplette wolle verbaut ist mir ein wunderes persönchen so meine freundin wird sagen hier an dieser stelle macht für heute und schluss in der nächsten folge bei mir mal gar lang rum und bauen hier direkten powers bornein und den lohns borne in den skeletts borne den mache ich dann offline weil dann habt ihr ja gesehen wie wir das machen wir müssten mal in die kommentare reinschreiben wie es euch lieber das wollte über jeden stück was wir machen wollte da dabei sein oder wohl oder wie gesagt offline ein paar dinge erledigen es sind halt teilweise wiederholt sich deshalb wie ihr seht ich habe jetzt hier vier spawner stehen und der vorgang was ich jetzt gerade eben gemacht habe das wird sich vier mal wiederholen das kann ja auch ein bisschen langweilig sein derzeit könnte man dann auch was anderes gemacht haben also schreibt es mal in die kommentare und wir werden uns nach richten ja und ich würde das auch in der nächsten folge noch mal kurz ansprechen falls ihr die folgen weiß ich natürlich nicht von gut nicht bis zum ende schaut das war jetzt mein spruch zum samstag ist deiner noch alex ja was soll ich noch kurz sagen ich bin gerade irgendwie am verzweifeln dass sie jetzt schon wieder die ganze wolle verbraucht habe aber egal heute nachmittag wenn du jetzt ja alex wenn du jetzt mal auf wolle jagd gehst nimm dir die soul flasche mit aus dem slice und spice gerät und fangen scharf ein ja ja okay das kann ich organisieren weil hier auf dem werk sind ich glaube drei oder vier schafe nur die armen schweine die können keinen wolle nach produzieren weil stein essen ja tut ein bisschen also meine freunde wir sehen uns bald wieder bis dann tschau tschau tschau